Ich versuche, mich kurz zu halten. Ein paar Gedanken zu dem, was wir heute... Wir haben heute die Tora-Lesung beendet. Wir haben heute die Tora-Lesung beendet. Er ist auf den Berg gegangen und das war's. Aber es steht geschrieben, dass Joshua mit dem Geist gefüllt war. Er war dem Geist der Weisheit, weil Moschee seine Hände auf ihn aufgelegt hat. Und ich finde, dass das 5. Buch Mose mit dem 9. Vers eigentlich enden sollte. Hier steht, Er ist auf den Berg. Er ist auf den Berg. Er ist der Weisheit erfüllt, denn Moschee hatte seine Hände auf ihn gelegt und die Kinder Israels gehorchten ihm und handelten so, wie der Herr es Moschee geboten hatte. Durch Moschee hat Gott etwas befohlen. Und es steht geschrieben, dass sie es dem gehorchten. Und eigentlich ist es ein wenig traurig, dass es noch drei weitere Verse gibt, die ich heute auf Hebräisch gelesen habe. S 10. bis 12. Vers steht hier geschrieben. Es stand aber in Israel, Es stand aber in Israel kein Prophet mehr auf wie Moschee, den der Herr kannte von Angesicht zu Angesicht. In all den Zeichen und Wundern, zu denen der Herr ihn gesandt hatte, dass er sie im Land Ägypten tun sollte an dem Pharao und all seinen Knechten und an seinem ganzen Land. Und in all den gewaltigen Handlungen und all den großen und furchtgebietenden Taten, die Moschee verbrachte vor den Augen von ganz Israel. Und wenn ich das lese, frage ich mich, warum die Tora so traurig enden sollte. Warum musste die Tora damit enden, was wir nicht haben? Du sagst es, wir haben Joshua. Es ist immer gut, über das zu sprechen, was man hat, als über das, was man nicht hat. Ihr versteht, oder? Oh, mir fehlt das und das habe ich nicht. Das enttäuscht oder macht traurig. Und jetzt steht bei uns hier, dass es keinen Moschee mehr gibt. Und es gibt keinen anderen Propheten wie ihm. Das ist tragisch. Hier mache ich zeitlich, temporär eine Pause. Und wir springen in das erste Buch Mose. Und da steht geschrieben, dass der Herr alles geschaffen hat. Entschuldigen Sie, ich habe mit dem Mikrofons ein Problem. Entschuldigen Sie, ich versuche das so. Es gibt Probleme mit dem Mikrofon. Am Anfang des ersten Buches Mose, was ich auf Hebräisch lesen durfte, steht geschrieben, am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die jüdische Tradition besagt, dass hier an der Stelle die Tora bereits existiert. Oder nicht existiert, sondern anwesend ist. Anwesend, genau. Sie ist anwesend in diesem Vers und sie erschafft. Diese jüdische, rabbinische Gedanke beruht auf dem, was wir in Sprüche 8 lesen. Über die weisheit Gottes, die alles geschaffen hat. Die mit dem Herrn Bereshit am Anfang war. Und diese weisheit, in der rabbinischen Tradition wurde das zu der Tora. A bei den messianischen Juden давным-dавно, 2000 Jahre тому назад, vor 2000 Jahren, die nachfolger Jeshuas, ihnen war klar, dass diese weisheit Gottes der Mashiach selbst war. In den Zeiten des zweiten Tempels nach der jüdischen Weisheit lesen wir oder finden wir heraus, dass zu der Zeit der Messias sein sollte. Unsere Vorfahren, 2000 Jahre тому назад, vor 2000 Jahren, noch vor den rabbinern, haben gesagt, dass der Messias, Mashiach, hier anwesend ist. Er ist hier in diesem Vers versteckt. Oder verborgen. Man sieht ihn nicht sofort, aber er ist dennoch da. Und einer unserer Schlüssel-Rabbiner, der messianischen Schlüssel-Rabbiner, den die Christen Apostel Johannes nennen, sagt, am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Er bezieht sich darauf. Und dann sagt er, Und das Wort wurde Fleisch. Und verweilte mit uns. Die Fülle der Gnade und Wahrheit. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Die Herrlichkeit des Eingeborenen, wie vom Vater. Das, was hier verborgen ist, in dem ersten Buch Mose, erstes Kapitel, erster Vers, wurde in Jeschua völlig offenbar. Und zugänglich für alle. Ein anderer großer Rabbiner, den man im Christen, den man im Christenstum traditionell Apostel Paulus nennt. Er sprach in dem Kolosserbrief, sprach in dem Kolosserbrief, den ersten Nachfolger, oder jünger Jeschua, konnten den Messias hier am Anfang sehen. ganz klar und klar und deutlich. Warum? Weil sie Jeschua gesehen haben. Denn sie haben gesehen, wie das, was hier verborgen ist, erkennbar wurde und zu Fleisch wurde. Und wir können das auch sehen. Die Tora beginnt mit dem Mashiach. Die Tora ist wie ein einziges Wort. Wie ein ganz großes Stück Text. Im Original ohne Kapitel und Verse. Ich weiß, dass mein Messias, dass mein Erretter Jeschua gesagt hat, dass alles im Gesetz über ihn spricht. Wenn er bereits im ersten Vers ist, denke ich, dass er auch im letzten Vers sein wird. Das, was wir im 5. Buch Mose gelesen haben. Die 10-Juhr bis 12-Juhr 34-Juhr im 34-Juhr diese traurige diese Versen sind in Wahrheit prophetisch. Sie deuten auf den Mashiach hin. Und es gab keinen Propheten in Israel, wie Moshe, der mit dem Herrn von Gesicht zu Gesicht gesprochen hat, der uns die Tora gegeben hat, der hat große Wunder getan. Es steht geschrieben, nachdem etwas über Joshua gesagt wurde. Und wir begreifen, dass Joshua nicht so war wie Moshe. Deswegen steht es auch nach ihm geschrieben. Und es gab niemanden wie Moshe. In Israel gab es niemanden wie Moshe bis bis das Wort Fleisch wurde bis die Tora im Fleisch kam bis in Bethlehem bis in Bethlehem der Messias geboren wurde derjenige, der gelehrt hat und Wunder getan hat der gesagt hat, komm zu mir, denn bei mir ist das Leben der so eine Lehre gegeben hat die Moshe nicht geben konnte und alle haben sich verwundert und gesagt wer ist dieser, der größer ist als Moshe der größer ist als unsere Waisen der größer ist als diejenigen, die mündlich die Tora weitergegeben haben durch Generationen Wer ist er? Das ist der Messias das ist der Erretter das ist Jesus das ist Jeshua das ist das Wort, das zu Fleisch wurde das ist Alpha und Omega das ist Alpha und Omega der Anfang und das Ende Aleph und Tal alles am Anfang ist er und alles am Ende ist ebenfalls er mit einer Prophetie über ihn beginnt die Tora und endet auch mit einer Prophetie über ihn es gab niemanden, der war wie Moshe bis derjenige kam der viel größer ist als Moshe der für unsere Sünde gekreuzigt wurde der begraben wurde der aus den Toten wieder auferstanden ist der in den Himmel gefahren ist der seinen Geist gesandt hat und der wiederkehren wird zu uns er ist mit uns das ist sein Name Gott ist mit uns und für ihn lohnt es sich zu leben und für seine Herrlichkeit lohnt es sich in dieser Welt zu leben im Anfang schuf der Herr den Himmel und die Erde und da war der Mashiach er ist der Autor und wenn die neue Erde und der neue Himmel kommen wird da wird der Mashiach sein er ist der Schöpfer des Ganzen wir freuen uns heute über die Tora aber noch mehr freuen wir uns über denjenigen, der mehr ist als die Tora Jeschua und ihm gebührt alle Ehre und eine gigantische Dankbarkeit für die Tora Amen 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 Vielen Dank.